Vielleicht kennt ihr das auch. Euer Filmprojekt ist fertig geschnitten und jetzt soll das Color-Grading stattfinden. In der Timeline gibt es mehrere Videospuren. Die oberste Spur ist die Einblendung eines Logos oder einer Senderkennung, die über die komplette Länge des Videos geht. Wenn ihr jetzt in der Edit-Page einen Clip auswählt, der bearbeitet werden soll, ist beim Wechsel in die Color-Page der Clip mit dem Logo ausgewählt. Das nervt. Was tun? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mike und hier dreht sich alles um Color-Grading, Schnitt- und Filmproduktion. Tipps, Tricks und Tools vom Profi. Im heutigen Quick-Tipp zeige ich euch, wie ihr das Color-Grading von Projekten mit Logo-Einblendung enorm beschleunigen könnt. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Wir sind in der Winchi Resolve Studio, Version 19. Ich demonstriere das Ganze an einem aktuellen Projekt, ein Image-Film für die Dregler-Alm. Hier haben wir verschiedene Video- und Audiospuren und in der Spur 4 haben wir eine Logo-Einblendung, nämlich das Dregler-Alm-Logo. Und diese Logo-Einblendung geht über das komplette Video. Ich wähle jetzt einen Clip aus, den ich in der Color-Page bearbeiten möchte. Sagen wir mal den hier. Ich wähle den an. Wechsel in die Color-Page. Und was passiert? Angewählt ist Clip Nummer 2, das transparente PNG mit dem Logo. Extrem ärgerlich. Ich kann jetzt zu Fuß in die Timeline gehen und mir das Ganze raussuchen. Wenn der Clip relativ am Anfang ist, tue ich mich damit noch leicht, aber wenn der weiter hinten ist bei einem größeren Projekt, macht das keine Freude. So, was könnte man jetzt tun? Die einfachste Möglichkeit ist, wir gehen wieder zurück auf die Edit-Page und schalten die entsprechende Videospur einfach aus. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Logo-Einblendung weg ist. Das ist manchmal fürs Color-Grading aber gar nicht so optimal. Ich möchte ja mein komplettes Bild sehen. Aber hier der Beweis. Wir wählen wieder den Clip an, wechseln in die Color-Page. Und hier ist er auch wie gewünscht selektiert. Der viel bessere Trick ist ein ganz anderer. Ich wähle mir jetzt den Clip mal weiter hinten aus. Zum Beispiel mal den hier. Wir wechseln wieder in die Color-Page. Haben das beschriebene Problem wie vorher auch. Das PNG wird ausgewählt von der obersten Spur. Und jetzt kommt der Hack. Wir blenden uns hier oben die Timeline ein. Jetzt habe ich auch in der Color-Page eine grafische Repräsentation der Timeline, der verschiedenen Spuren und Clips. Die Spur 4 ist jetzt momentan angewählt. Wenn ich die inaktiv machen möchte, gehe ich mit meiner Maus über das Symbol Video 4, halte die Option-Taste gedrückt und klick einfach mal. Und jetzt verschwindet diese Spur. Allerdings bleibt das Logo eingeblendet und ich habe den entsprechenden Clip ausgewählt. Gehen wir nochmal zurück. Wählen uns was anderes aus. Der Beweis. Wechseln in die Color-Page. Der entsprechende Clip ist angewählt. Das ist ein schöner kleiner Hack, der mir persönlich wahnsinnig viel Zeit spart bei größeren Projekten. Der große Vorteil gegenüber der ersten Methode, ich sehe das komplett finale Bild. Und so soll es auch sein. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass deine Videos einfach nicht so aussehen, wie du es dir vorgestellt hast? Du verbringst Stunden damit, an Farben zu schrauben und zu optimieren. Aber am Ende fehlt trotzdem dieser Wow-Effekt. Du bist nicht allein. Die Welt des Color-Gradings ist komplex und oft überwältigend. Besonders, wenn du versuchst, dir alles selber beizubringen oder auf zufällige Online-Tutorials zurückgreifst. Die Lösung für diese Herausforderung liegt direkt vor dir, meine Color-Grading-Masterclass für DaVinci Resolve. Entdecke die Kunst des Color-Gradings und bring deine Videos auf ein professionelles Niveau. Mit einer klaren, strukturierten Methode lernst du, wie du DaVinci Resolve meisterst und die volle kreative Kontrolle über deine Projekte erlangst. Egal, ob du Anfänger bist oder bereits Erfahrung hast, ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du Farben gezielt einsetzen kannst, um Emotionen zu verstärken und den gewünschten Look zu erzielen. Lass dich nicht länger von komplizierten Tools und unvollständigen Tutorials bremsen. Sichere dir jetzt das Wissen und die Techniken, die du brauchst, um deine Videos in beeindruckende Meisterwerke zu verwandeln. Wenn du bereit bist, deine Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen und endlich die Ergebnisse zu erzielen, die du dir schon immer gewünscht hast, dann ist die Color-Grading-Masterclass genau das, was du brauchst. Weitere Informationen findest du auf colorgrading.net. Den Link dazu findest du auch direkt ganz oben in der Videobeschreibung. Ich freue mich drauf, dich in die Welt des professionellen Color-Gradings zu begleiten. Bis zum nächsten Mal. Bleib kreativ!